Boys and Girls, Touchdown in Leipzig. Heute hat der liebe Polnick eine Veranstaltung im 21. Morgen, Saturday Nightlife, with the one and only LeBlanc. Ich habe übelst Bock. Ich nehme euch jetzt mit, wir haben jetzt hier noch eine Hausparty beim Justin Polnick direkt in der Wohnung. Das wird richtig lustig, da sind wir jetzt. Wir sind bis jetzt spät. Die Deutsche Bahn, man kennt sie, bodenlos. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zur Hausparty von Justin. Transition. Aber Leipzig schon schön, sage ich ganz ehrlich. So, hier mit der heutigen sympathischen Begleitung. Wie ein Baby, guck mal. Arme, Beine, Köpfchen. Ey, sehr gut. Wir haben es drin. Jungs, ihr seid die Besten. Sie sind ineinander, Digga. Nein, ich habe immer gewusst. Das ist Zimt, Freunde. Was darfst du sein? 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 Aber was Gutes, was Gutes. Einmal Arno. Was geht das? Der liebe Justin, der wird's heute ist 21. Der ist ein wirklich absolut beschissener DJ-Name zu sein. LeBlanc. Ja, aber das ist so dumm. Also ich muss acht Duden lesen und zwölf Lexikas irgendwie. Das ist einfach nicht drin. Ich muss auch so zu dir sagen, damit ich verstehe, was dann diese Name ist. So, Kollege. Wodka mit AOC. AOC. Wir haben hier erst mal. Nein, nein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Justin jetzt mit dem großen Opening. Oh mein Gott. Ey, 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 ey. Was ist das nochmal? Das ist auf Eis. Schöner Wodka. Sehr schöner Wodka. Der feinste Wodka. Mit ein bisschen Effekt. You know NG. Nice, bro. Nice, nice. Nice, man. Nice, man. Nice, man. Nice, man. Nice, man. Nice, man. Das ist ein bisschen. Ich mach mein Handy an. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Magic Mom. Magic, Digga. Erkennst du ihn? Jaa! Ey Bro, Digga! Zombeck der Beste war, Digga! 2,5 Euro, wollte ich hören. Ey, wie heißt der Kollege? Nix da! 1,5 Digga, wir sind hier angekommen, Bro. In der Producer-Scene, Digga. Ey, geil, Digga! Pass auf, pass auf! Ja, Jungs! Star Producer! Star Producer! N-I-K-S-T-E-R! 5,5, 5,5 Sind die Polizei genau auf dem Weg mit dem Fahrstuhl-Werderhof? Tut mir mal ein Gefallen! Das ist all alle Polis! Das ist all alle Polis! Ex! 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 Digga, übertreib dich! Alter, geht doch rein! Unser Bier? Siehste, wie ich freu... Alle sind so unfreundlich hier! Was ist das denn hier? Ich komme aus dem Norden, Digga! Ich komme aus dem Osten, Junge! Woher kommst du? Oldenburg! Ich schicke dir alle Videos, Digga! Ich schicke dir alle Videos, Digga! Es ist zu behindert, Digga! Mein Lieber, mein Lieber! Ich schicke dir alle Videos, Digga! Ich schicke dir alle Videos, Digga! Aber wir... Fässer Mann, Digga! Polizettel, richtig! Ich kann das alles nicht mehr! Ich kann das alles nicht mehr! Ey, Niklas sagt die ganze Zeit auch Cengo zu mir, Digga! Ey, Niklas, wie heißt es? Was ist das Loch, Alter? Cengo! Vier Mann! Warte, lass hier lang, lass hier lang! Ey, Digga, wie sind wir eigentlich? Digga! Ich muss richtig auf den Lektor! Vier... Ich kann das alles nicht mehr! Ich kann das alles nicht mehr! Welcome on stage, Justin Pauling! Ich bin da einpannter Das Hybrid ist das alles nicht mehr! Ich kann das überall sagen. Tschüss! Morgen, Saturday Nightlife mit der und nur DJ Lebleng Let's rock, baby! Let's go, let's go! So, friends, diese Ansicht kommt uns doch hier sehr bekannt vor von gestern Boys & Girls, look at it! Wir haben noch einiges zu tun, wir müssen noch die Visuals neu drauf ziehen Ich hab noch, ich hab die noch runter skaliert, weil das in 4K hat das nicht richtig funktioniert Dann auf jeden Fall muss ich noch mein Logo für die Screens an den Seiten da machen Jedenfalls, ey, hier So sieht das ganze Ding leer aus, ja? Das sieht so fat aus, man Sick Ich bin sehr zufrieden Sehr schön So, ich hab grad gecheckt Set Recording funktioniert 1A War aber mäßig Die Kuss Und die Kuss Sie sind besonders Mit mir Und weißt Ay Da Mit mir Mit mir Mit mir Den ganzen Hasen auf, ja? Hier, Friends, auch noch einmal. Ihr wisst Bescheid. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 We fucking did it. War übelst geil, war richtig nice. Friends, das ist unser AJ. Er hat eine super Arbeit geleistet heute. Ganz wichtig. Bester Mann, Nico. So, Friends, ey, Saturday Night Live mit LeBlanc. Finally done, Bro. Das hat alles geklappt mit dem Live-Video. Das ist schon online auf YouTube. Link ganz oben in der Beschreibung und im Pimp-Comment. Checkt das gerne aus. Mein Lifestyle, das wäre echt sehr, sehr, sehr sick. Ey, Friends, damit. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Oder einmal Abo dalassen, liken und einen Kommentar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, hau da rin. Peace. Friends, das muss ich euch noch zeigen. Ganz kurz das Auto noch. Ey, das sind alle Radiosender hier, ne? In dem ein neuer Song, Shake My Break, gespielt wurde. Ey, das ist so crazy, ne? Einfach Spanien, ne? Wir haben hier aus drei... Einfach Sydney, ja? Pass auf. Dann haben wir noch einfach fucking Miami. Das ist so wild. Einfach in den US. Das ist crazy. Dann Belgien, Rumänien, einfach Portugal, Dissabon hier. Das ist sehr, 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 sehr crazy. Und the one and only Leipzig, Leipzig Beats, Schauts, gehen raus. Ey, das ist halt wirklich... Das ist einfach einfach noch richtig cool. Einfach London noch am Start. Shake My Break. Out now, on to Jamo's new label. Ich kann mich noch mal wiederholen. Der Song wurde einfach supported von dem einzig wahren Tiesto. Einfach crazy. Leblang auf die Eins. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Friends, hau da. Peace.